Es ist, liebe Schwestern und Brüder, eine überaus merkwürdige Feststellung, wenn wir hier im Evangelium hören, wie schnell und präzise die unreinen Geister, die Dämonen, auf Christus reagieren. Sie wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Und sie bekennen es auch noch. Dem gegenüber stehen die in der Nachfolge, die, die mit Jesus gehen wollen, die sich für ihn entschieden haben, die er seine Jünger nennt. Die Männer und Frauen damals und uns heute. Welch lange Wege, wie viele Missverständnisse, wie viele Sackgassen, welche Mühseligkeit Christus mit denen damals und wahrscheinlich auch mit uns hat. Bis wir in die richtige Richtung kommen, bis wir wirklich verstehen lernen, wer er ist. Ist das nicht merkwürdig? Sollen wir es also machen, wie die Dämonen? Das Evangelium ist voll von diesen Wegen und Umwegen, von den Abstürzen und Neuanfängen der Jüngerschaft. Gerade auch im Zwölferkreis. In ihren Betrachtungen für eine Gemeinschaft hat Adrien von Speyer zu dieser Stelle im Markus-Evangelium angemerkt, ja, es gibt dieses plötzliche, herausbrechende Geständnis und Bekenntnis der Dämonen. Aber dahinter ist keine Geschichte. Dahinter eröffnet sich kein Weg. Sie erkennen ihn sofort, um ihn abzulehnen. Auch das kennen wir bis in die heutigen Tage. Die scharfe Abgrenzung, weil man weiß, mit wem man es zu tun hat. Und dagegen wir als Kirche lahm, manchmal sehr langsam, missverständlich in dem, wie wir leben, in dem Versuch, ihm nachzufolgen, ihn zu übersetzen, sein Wort, aber dennoch ein Weg. Die ganze Nachfolge ist ein Weg, der eine Geschichte hat. Manchmal eine sehr verschlungene Geschichte. Manchmal auch eine Schuld, eine Geschichte von Schuld und Verrat. Aber eine Geschichte, die allmählich und ganz langsam hinfindet zu dem Bekenntnis, dass den Dämonen gleich zur Verfügung steht. Der Raum dahinter. Jesus zu entdecken und in ihm Christus zu finden. Den wahren Gott. Den Sinn des Lebens. Das Ziel aller Wege. Das bleibt den Dämonen verschlossen. Aber unser Weg muss es sein.